Barbie, die Prinzessin und der Popstar. Prinzessin Tori. Darf ich runtergehen, um mir das Konzert aus der Nähe anzusehen? Das kommt nicht in Frage. Und der Popstar Kira. Manchmal frage ich mich, wie es so wäre, wenn ich einfach alles hinschmeißen würde. Haben etwas gemeinsam. Sie wollen das Leben der anderen. Jetzt. Sag mal, denkst du vielleicht gerade, was ich denke? Oh nein, wie schrecklich. Auf magische Weise tauschen sie die Rollen. Und haben an diesem Tag so viel Spaß wie nie zuvor in ihrem Leben. Prinzessinnen wollen doch nur, das sieht doch jeder ein. Oh nein, wie hier dieser Schwanz. Was muss sein? Erlebt ein zauberhaftes Abenteuer, hört eure Lieblingssongs. Ich bin ein ganz großer Fan. Was für ein schönes Briefpapier-Autogramm-Toy. Oh, aber natürlich, ein Autogramm. Neue Songs, bei denen ihr sofort tanzen wollt. Und singt mit. Ihr kommt mit, kumkelt, leuchtet hell. Und sensationell wird es gehen. Und findet heraus, wie schön es ist, man selbst zu sein. Das war gar nicht so schlecht für eine Prinzessin. Das war gar nicht so schlecht für eine Prinzessin. Untertitelung des ZDF, 2020